Guten Abend meine Damen und Herren, danke für Ihr zahlreiches Erscheinen. Ich brauche eigentlich nicht viel ansagen, was heute passiert. Es passiert eine Hommage an Oskar Werner. Alles weitere werden Sie dann von mir hören. Ich möchte nur, wie es manchmal bei Auftritten in der modernen Musik ist, da spielt eine Vorband. Also es gibt heute einen Vorvorleser und zwar Dr. Gerhard Schiffko ist hier und nachdem ich mit Weinheber beginnen werde, Dr. Schiffko liest den Fiaken, man sieht es auch ein bisschen köstlich vor und ich möchte ihm wirklich den Fiaken überlassen. Und als zweites, als kleine Vorschau, jetzt muss ich wieder blättern, entschuldigen Sie, da schauen Sie, jetzt blätter ich wieder in den Folianten hier. Wie war das hier da schon so schön? Dr. Gerhard Schiffko wird am 11. Mai eine Lesung Rainer Maria Rilke machen und wird Ihnen daraus bereits ein Gedicht vorlesen. Ich habe da das reingelegt. So, mach den Fiaken und, oder machen wir es umgekehrt, aber immer, bitte beginnst du mit Rilke und nimmst da dann den Fiaken, bitte. Dankeschön. Rilke. Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? Ich bin dein Krug, wenn ich zerscherbe, ich bin dein Trank, wenn ich verderbe, bin dein Gewand und dein Gewerbe, mit mir verlierst du deinen Sinn. Nach mir hast du kein Haus, darin dich Worte nah und warm begrüßen. Es fällt von deinen müden Füßen die Samtsandale, die ich bin. Dein großer Mantel lässt dich los, dein Blick, den ich mit meiner Wange warm, wie mit einem Fühl empfange, wird kommen, wird mich suchen. Lange. Und legt beim Sonnenuntergange sich fremden Steinen in den Schoß. Was wirst du tun, Gott, ich bin bange. Und legt beim Sonnenuntergange sich fremden Steinen in den Schoß. Der Fiacke. Ich hab sonst nix, drum hab ich gern ein gutes Papperl, meine Herren. Zum Gabelfrühstück gönn ich mir ein Dollar Fleisch, ein Krügerlbier. Schieb an und ab, ein Golaschein, kann freilich ein Brugfleisch sein. Ein saftiges Beinfleisch, nicht zu fett, sonst hat man zu Mittag. Dann sei gefreit. Dann mach ich, es ist eh nicht lang mehr auf Mittag. Mein Gesundheitsgang, geb an grob den Kuhlmarkt aus, ins Michaela. Bier wird's aus. Ein Hühnersuppel, tadellos, ein Biefsteg in Madeira-Soße, ein Schwein spörkelt, ein Rehragu. Omelette mit Champignon dazu. Hörnach, a bisserl Kipfelkoch. Und allenfalls, a Törterl noch, zwei Seidl Güss. Zum Trinken mag ich nicht viel nehmen. Zum Mittag, a Flaschel Gumbolz, nicht zu kalt. Und drei, vier Glaserl, wer wird halt. Damit ich's recht verdauen kann, sind ich mir mein Trabunkerlaun. Und lahn mich zurück und schau enthe, bevor ich zu mein Schwarzen geh. Wenn ich dann heimkomm, will ich ruh, weil ich a Randerl schlafen tue. Damit ich mich von zwei bis vier die Decken überregrier. Zur Jausen geh in die Stadt und schau, wer schöne Stölzen hat. Und ein kaltes Ganserl, jung und frisch. A Eizerl Käs, ach Stiegelfisch. Weil ich so früh am Nachmittag nicht schon was Wormes essen mag. Am Abend, muss ich sagen, ess ich gern leicht. Wegen mein Magen, hirn in a Spick-Kolbs-Frikassee. A Garnes Züngel mit Püree, Faschiert's und hin und wieder wohl zum Söchfleisch-Graut. Zum Rammsteck-Kohl. Erst später dann, beim Wein zur Not, ein nett garniertes Butterbrot. Glaubens nicht, ich kann der Frässer sein. Ich hab's ums nix. Drum lebe ich gern. Kein Haus, kein Auto. Nett amal a quer im Überrumplungsfall. Wann net des Bisserl essen wär. Stimme des Volkes. Selbst des Strom haben's nix, lieber Herr. Danke. Danke dir, mein Freund. Dankeschön. Sie gestatten. Es ist doch... Außerdem hab ich schon ein paar Mal gemerkt, dass wir ein Problem mit der Akustik haben. Natürlich, wenn viele Menschen hier im Raum sind. Es ist eine Buchhandlung, die Bücher schlucken. Natürlich. Und die Menschen schlucken den Schall. Es ist kein Theater. Das ist das Problem. Aber ich werde mich bemühen. Es ist schwierig. Teilweise bei gewissen Gedichten gehören gewisse Passagen sehr, sehr leise vorgelesen. Das werden wir heute vermeiden und heute versuchen, die Stimme etwas zu dämpfen. Aber das ist auch hören. Ich darf mit einem Lieblingsdichter von Oskar Werner beginnen. Das war Josef Weinheber. Ich schließe also an Dr. Gerhard Schiffko an. Die Pensionisten. Die Pensionisten. Die Pensionisten wie und jenisch im Brunnen, auf dem Ring, in der Hauptallee mit dem weißen Bart und dem weißen Haar, die leben das Leben, das gestern war. Die Zeit ist fort und das Blut geht leis und rauscht. Eine langverklungene Weiß. Sie gehen gemessenen Schritt zwei, drei in Ahnerei und plaudern dabei. Der Rang, der Dienst, der Ruhegenuss, das schwache Auge, der steife Fuß. Und sie machen exakt am gleichen Ort kehrt und grüßen einander hochgeehrt. Sie sitzen im prachtvollen Sonnenschein und schauen mitunter ganz Kaiserlich drein und zeigt auf einmal so ein alter Rat, einen Ring, eine Nadel, die er noch hat, von seiner Majestät. Und ein Flüstern geht herum wie ein Gebet. Sie stehen oft Stunden an einem Platz und locken die Vögel zu zärtlich Arzt und schwuppt der Fink nach dem Brösel und Holz dann dreht sich der Alte in richtigem Stolz als wollte er sagen, na bitte sehr, was tät denn das Viecherl, wann ich nicht wär. Die Zeit ist fort und das Blut geht leis und rauscht eine langverklungene Weiß. Die Pensionisten wie und jenschen Brumm auf dem Ring in der Hauptallee mit dem weißen Bart und dem weißen Haar die Leben ein Leben, das schöner war. Impression im März Wormesund, das erste Brotlfeigerl, alle wieder gefräßte wie ein Kind, zarte Blatterln, schießen aus die Zweigerln und papierln sie irgendwie im Frühjahrswind. Zwischen Barm, Palästern, ein paar Laken, geschrien und söhlig mit einem Fetzen bohlen, drunter beim Bootsmann streichend schon Schienakeln und ein Maler tut die Gegend malen. Auf der znebften Jesuiten wiesen Brachens Querergriff so, als war nichts geschehen und durch die Bahn durch kannst du ein Stickelriesenradl und rotundem Kuppel sehen. Weißt? Nicht? Verstehst? Selbstgespräch aus dem Spierdiplers. Wann ich? Dankeschön. Verstehst? Was zu reden? Ich schaffet alles ab. Was brauchen wir denn das alles nicht? Ich seh nur da. Zum Beispiel die Gehälter. Weißt du, ich schaffet's ab. Ich streichert's gleich. Nicht einzig, dass einer gebraßt und einer gar nichts hat. Und dann die Auto. Heimlos gehst. Du bist do Publikum. Da kommt der so gebraßt, verstehst? Und schreibt die um. Die Fremden, weißt. Die schmeißer dir einen Schupfer, nicht? Beim Tempel ausseh. Schert mich des, wo so ein Denkmal steht. Die Pflasterer, verstehst? Die stürmer's heilig an. Ich lass jetzt alle arretieren. Das nur so gehört sich. Aber die ewige Aufgrauberei. Der ist ewiger Rehlwerk. Du lebe ich do lieber gleich, weißt. Am Pisernberg. Und wacht er. Nicht? Ich bin do gewiss a rare Söh. Aber die müssen weg. Sonst ist nie Schluss mit dem Bahö. Wo uns ein Arner tun, ich schwüro, sei Ruhe. Sogar die Schächerl in mein Schwül. Verstehst? Ich sperr's zu. Der Hochzeitstag. Therese. Heut sind es 20 Jahre, dass wir verheiratet sind. Fast mein ich, dass es gestern war. Wie nur die Zeit verringt. Zwei Wochen Urlaub. Denkst noch dran. Vier volle Tag und Nacht war ich vom Lemberg auf der Bahn. So haben wir Hochzeit gemacht. Dann, wie's aus war, du, das Kind und ohne Post nicht. Weißt, dass wir nicht verhungert sind. Damals. Das wundert mich. Wenn wir da nicht erloben, am Wein, so nicht beigesprungen wär. Drei Jahre war der mein Putz. Ich mein, ich lebert heut nicht mehr. Dann war's ja Gold, wie mich die Bank nun erst mal angestellt hat. Nun bin ich Leiter. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Zweigstelle Josefstadt. Ist jetzt auch nicht mehr Inflation. Man schränkt sich eben ein. Doch deshalb trinkst mit mir heut Abend schon ein Glas Wein. Ja, 20 Jahre. Man denkt's nicht viel. Und sie ist doch eine Zeit. Und immer warst du gut und still und tapfer und gescheit. fast mein' ich, dass es gestern war. Altar und Treue schwur. Und nun macht unser Bub dies Jahr bereits ein Habitur. Hymnus auf den Kahlenberg Nicht, weil du glanzbewusst heute so vornimmt tust. Weil du ein Wiener bist, Berg, sei mir gegrüßt. Warst in der überlangen Zeit Glück für die kleinen Leute. Seliger Sonntagsgang, Wald, Wiesenlang. Hast unsere Jugend ja gesehen. Pfeilchen und Priemeln stehen. Längst ist die Kindheit fort. Immer noch dort. Schwärmerisch frühestes Gefühl aufnahm dein Waldgewühl. Einsames Liebesleid. Du hast's geweiht. Hast uns die Sterne in der Nacht heimatlich nahe gebracht. Heimatlich. Turm und Dom blinkenden Strom. Wunderbar säumende Sicht. Unten lag Licht an Licht, die uns geboren hat. schimmernd, schimmernd die Stadt. Oder wenn Sonnenschein wiegte die Wege ein und du standest ernst und schwer Weinhügel her. Talwärts ein winzig Haus Buschen zum Tor hinaus. Noch schaut im Traume der Sinn so nach dir hin. warst uns Geschlecht um Geschlecht wie du dich gabst schon recht. Haben den feineren Herrn auch wieder gern. Weil du durch alle Not und Last immer ein Lächeln hast. weil du ein Wiener bist Berg sei gegrüßt. Von Weinheber schwenken wir über zur Rilke. Lied Du der ich nicht sage dass ich bei Nacht weinend liege deren Wesen mich müde macht wie eine Wiege Du die mir nicht sagt wenn sie wacht meinetwillen wie wenn wir diese Pracht ohne zu stillen in unser Trügen sieh dir die Liebenden an wenn erst das Bekennen begann wie bald sie lügen Du machst mich allein dich einzig kann ich vertauschen eine Weile bist du's dann wieder ist es das Rauschen oder es ist ein Duft ohne Rest Ach in den Armen habe ich sie alle verloren Du nur Du wirst immer wieder geboren weil ich niemals dich anhielt halte ich dich fest ernste Stunde Wer jetzt weint irgendwo in der Welt ohne Grund weint in der Welt weint über mich wer jetzt lacht irgendwo in der Nacht ohne Grund lacht in der Nacht lacht mich aus Wer jetzt geht irgendwo in der Welt ohne Grund geht in der Welt geht zu mir Wer jetzt stirbt irgendwo in der Welt Ohne Grund stirbt in der Welt sieht mich an Herbsttag Herr es ist Zeit der Sommer war sehr groß Legt einen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lasst die Winde los Befiehl den letzten Früchten voll zu sein Gib ihnen noch zwei südlichere Tage dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein Wer jetzt kein Haus hat baut sich keines mehr Wer jetzt allein ist wird es lange bleiben wird wachen lesen lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern wenn die Blätter treiben jetzt möchte ich abseits von den bekannten Gedichten aus Kavernas ein paar Dinge lesen die ihm sicher gefallen hätten es gibt eine neue Literatur Literaturzeitschrift die heißt der Dackel erscheint zwei dreimal im Jahr ist großartig kostet nur fünf Euro und man kann darin wirklich tolle Gedichte und literarische Passagen lesen ich bin vollkommen als Buchhändler begeistert und ich möchte hieraus Ernst Stadlers Gedicht Anrede vortragen Ich bin nur Flamme Durst und Schrei und Brand durch meiner Seele enge Mulden schießt die Zeit wie dunkles Wasser heftig rasch und unerkannt auf meinem Leib auf meinem Leib brennt das Mal Vergänglichkeit Du aber bist der Spiegel über dessen rund die großen Bäche alles Lebens gehen und hinter dessen Quellen goldenem Grund die toten Dinge schimmernd auferstehen Mein Bestes glüht und lischt ein irrer Stern der in den Abgrund blauer Sommernächte fällt durch Deiner Tagebild ist hoch und fern ewiges Zeichen schützend um Dein Schicksal hergestellt Zur Erotik kommen wir etwas später zum traurigen Prinz auch Den machen wir da Ich möchte vom Professor Claudia Girardi etwas vorlesen Der ein oder andere kennt sie sicher wie wir den Panther aufgeführt haben war sie meine Partnerin Amors Gebet Psst Psyche still Nur hauchen will ich deinen schönen Namen damit er bleibt ein Klang in mir der laut gesprochen nur zersprengen tausend Scherben zwischen dir und mir bleib Psyche du 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 im Schatten auch und ohne Licht damit die Wirklichkeit uns noch nicht findet uns einholt fängt verpflichtet und uns bindet Ich will ich will nicht sehen heut noch nicht ich will noch eine Weile nur still bei dir sein ganz bei dir bewegt dich nicht nur dann kann ich dich liebe Psyche finden tief in mir Auch das hätte Oskar Werner gefallen Eugen Banauch ist glaube ich heute auch hier hat bei uns ja auch schon gelesen seinen wunderbaren Roman geschrieben Grazen also um mit einem Literaturpapst zu sprechen Also meine Damen und Herren ich muss Ihnen sagen diesen Roman Grazen müssen Sie lesen Herr Karasek Sie brauchen jetzt gar nicht widersprechen Es lesen eh schon so viele so viel Zeug Da lese ich doch lieber das Telefonbuch Aber Grazen ist literarisch höchst zu empfehlen Eugen Banner hat auch die Rauchfang Kehrer Kirche geschrieben wunderbares Buch ich kann es nur empfehlen und ich muss sagen ich habe mich in den Schreibstil dieses Romans Grazen der sehr dick ist aber er ist wirklich wert gelesen zu werden verliebt und ich liebe diesen Autor und nachdem ich Südtiroler bin und in Meran geboren bin hat er mir ein Gedicht zukommen lassen Dezember in Meran und dann wird man es heute ich habe schon längst auf einen Kommentar von Omi René gewartet aber bitte trotzdem Dezember in Meran Wann mögen diese Bäume sich entlauben die Flur ist halb verschleiert doch schon schwillt die Knospe fächelt Südwind frühlings mild ein Weihnachtslied am Domplatz flattern Tauben nun aufwärts unter immer grünen Lauben Zypressen Palmen dämmerndes Gefild das Tal schwingt schräg herein ein Wolkenbild rot goldene Klänge Nachduft süßer Trauben Akkord beschneiter Alpen Alpen Triumphal Im blauer Tiefe Baum und Dach Gewimmel begrüßt uns mit Willkommen und Lebwohl Und auch sie ist auch auch hier vorstellen sie wird bei uns lassen sie mich in den Folien schauen das ist jetzt irgendwie da schwer zu finden darum, wenn wenn ich ihnen dann erzähle wie ich zu Oskar Werner gestanden bin gefallen hat abendstimmung im sanften saum der späten sonne steht mit nichts als schmalem lichte angetan ein alter man in schüchtern nacktem wahn und wart entzitternd dass der Tag fort geht dann trollt er sich vom Rand der Eisenbrücke und humpelt sachte schlurfend seinen Weg wobei er schnurgerade folgt dem Steg und seine Blöße trägt wie eine Krücke er hat sich hier im Zwielicht aufgestellt dass jeder der an ihm vorüber geht einmal ein Antlitz ohne Larve sehr und manchmal hat sich ein Gesicht erhält und manchmal schien ein Schweigen fast berät und einen letzten Lichtstrahl lang war Nähe Promotion geht weiter Robert Eder der Autor ist auch hier heute Sie können mit allen sprechen trinken lachen weinen Robert Robert Eder wird am 28 Februar des nächsten Jahres lesen allerdings ein barockes Rendezvous mit Flötenbegleitung das ist eine ganz andere Geschichte wirklich im Barock Sie können da mit dem Autor gerne sprechen wenn Sie näher es dazu interessiert aber ich habe ein Gedicht von ihm gefunden das möchte ich gerne auch noch vortragen aus Gigolos Tagebuch Gigolo da gehört getrunken kalte Herzen schlagen langsam und das Blut geringt zu Eis die da sitzen die da schauen reden wenig knapp und leis alte Schmerzen haben Falten frisch geschminkt ist halber löst die da sitzen haben oft schon an der Bar den Tag verdöst heiße Nächte atmen Wollust und die Wangen werden rot die da tanzen die da lachen sterben gern den kleinen Tod junge Triebe tragen Knospen heiß geküsst ist schon gepflückt die da träumen die da flüstern suchen Liebe wie verrückt ein Gedicht von Oskar Werner ich bin müde und wo ist Friede ich weiß es nicht noch ein Licht auch Liebe und Würde wäre mir Bürde wo ist dann Friede ich weiß es nicht nicht Matthias Claudius Kriegs Lied sie ist Krieg sie ist Krieg oh Gottes Engel wäre und du rede du da rein sie ist leider Krieg und ich begehre nicht schuld daran zu sein was sollte ich machen wenn im Schlaf mit Krämen und blutig bleich und blass die Geister der Erschlagenen zu mir kämen und vor mir weinten was wenn wackre Männer die sich Ehre suchten verstümmelt und halbtot im Staub sich vor mir wälzten und mir fluchten in ihrer Todesnot wenn tausend Väter Mutter Bräute so glücklich vor dem Krieg nun alle elend arme Leute weh klagen über mich wenn Hunger böse Seuch und ihre Nöten Freund Freund und Feind ins Grab versammelten und mir zu Ehren Kräten von einer Leiche herab Was hülf mir Kron und Land und Gold und Ehre Die könnten mich nicht freuen Es ist leider Krieg und ich begehre nicht Schuld daran zu sein Nie wieder Krieg Heinrich Heine Entflieh mit mir und sei mein Weib und ruhe an meinem Herzen aus fern in der Fremde sei mein Herz dein Vaterland und Vaterhaus Gehst du nicht mit so sterbe ich hier und du bist einsam und allein und bleibst du auch im Vaterhaus wirst doch wie in der Fremde sein wir bleiben bei Heine die Heimkehr Das sollte man sehr leise lesen mir träumte traurig schaute der Mond und traurig schienen die Sterne es trug mich zur Stadt wo Liebchen wohnt wo Liebchen wohnt viel hundert Meilen fern es hat mich zu ihrem Hause geführt ich küsste die Steine der Treppe die oft ihr kleiner Fuß berührt und und ihres kleides schleppe die Nacht war lang die Nacht war kalt es waren so kalt die Steine es lugt aus dem Fenster die blasse Gestalt beleuchtet vom Mond scheine wir bleiben bei dem Zyklus Heimkehr von Heinrich Heine man glaubt dass ich mich gräme in bitterem Liebesleid und endlich glaub ich selber so gut wie andere Leid du Kleine mit großen Augen ich habe es dir immer gesagt dass ich dich unsäglich liebe dass Liebe mein Herz zernagt doch nur in einsamer Kammer sprach ich auf solche Art und ach ich habe immer geschwiegen in deiner Gegenwart da gab es böse Engel die hielten mir zu den Mund und ach durch böse Engel bin ich so elend jetzt und wieder etwas ganz leise aber lehn deine Wange an meine Wange dann fließen die Tränen zusammen und dann mein Herz drück fest dein Herz dann schlagen zusammen die Flammen und wenn in die große Flamme fließt das Strom von unseren Tränen und wenn ich mein Arm gewaltig umschließt sterb ich vor Liebessehnen die zwei balladen heben wir uns für später auf wenn sie dann noch die ausdauer und die lust haben den traurigen prinzen lesen wir dann sofort karin rick ich hoffe die autorin ist heute auch da ist eine autorin die im Bereich der erotischen Literatur fantastisch schreibt und es hat mich ein bisschen ein Kapitel erinnert an eine Stelle bei Jules und Jim mit Oskar Werner und ich glaube es hätte ihm auch gefallen und ich möchte Ihnen das auch noch ganz kurz präsentieren grundsätzlich kleine Inhaltsbeschreibung ein Mann sehr gut gebaut Fitness Center möchte eine Frau sein und von einer Frau begehrt werden und er trifft sich das erste Mal mit der Frau in die er sich verliebt hat oder die sie sich verliebt hat beide aber hören sie einfach zu das erste Mal in ihr winziges Bad gehen den unscheinbaren braunen Plastiksack aus Blackpool aufmachen und das eng zusammengeknüllte schwarze PVC Kleid herausziehen Es auf den Spülkasten legen 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 dann den BH den String die Perücke die Schminke auf den Waschtisch mich entkleiden aus den Jeans dem Sweatshirt raus und dann das Kleid über meinen Hintern hochziehen welch ein seltsames Gefühl Die Verwirklichung von Träumen ist schlimmer als die Träume selbst Extreme Angst und Einengung überfallen mich gemischt mit der Hoffnung auf totale Befreiung Misstrauen gegen sie Nina die da draußen wartet fast bin ich hasserfüllt weil sie es viel leichter hat als ich weil sie bloß auf mich zu reagieren braucht was ist wenn sie das nur so gesagt hatte dass sie auf Männer in Frauen Kleidern steht und es nicht wahr ist wenn sie sich lustig machen will über mich wenn sie mich für irgendetwas nur nicht für den von mir so herbeigesehen hinten sechs braucht ich empfinde bei der Vorstellung sie könnte schallend zu lachen beginnen Wut und Verzweiflung meine Hände beben als ich mir den Liedstrich setze der Stift rutscht aus und eine dicke wackelige Liene zieht sich über das Lied ich suche hektisch nach Abschmink Peitz Nina besitzt keine ich nehme Klopapier mache es nass und fange an zu rubeln das Auge wird rot und beginnt an zu tränen ich zwinge mich zur Ruhe und versuche es noch einmal jetzt denke ich in das Surfen an den Tag als ich das allererste Mal zu einem Sprung ansetzte die extreme Konzentration vorher alle mir möglich Gedanken bündelten sich und richteten sich auf die weiße Welle vor mir die mir mit Lichtgeschwindigkeit näher zu kommen schien und darauf jetzt und jetzt zu springen und dann in einem Sekundenbruchteil wusste ich es war soweit setzte an und begann abzuheben und einen Liedschlag lang war da das nichts der druck des windes der segel vor sich her beitschte schien angesetzt zu haben ich stand in der luft ich wog nichts mehr bis ich wieder aufsitzte und das wasser in der betonwand glich auf der ich aufprallte und die durch das gewicht meines Bretts unter mir zerbarst genau so konzentrierte ich mich jetzt unter dem spiegel auf einmal kommen die linien des lidsch von allein und die lippen sind auf einmal perfekt rot und die wimpern doppelt so lang und der behaar sitzt richtig und die strümpfe bekommen keine laufmasche als ich über schienbein knie und oberschenkel ziehe ein letzter blick in den spiegel dann öffne ich vorsichtig die türe und gleite hinaus ich muss mich erst an das dämmerlicht gewöhnen im wohnzimmer glimmern bloß ein paar kerzen und eine dunkle gestalt sitzt mit übereinander geschlagenen beinen in einem sessel so unbeweglich dass ich sie zuerst gar nicht sehe die schüsse ihres gerog sind offen als ich meine augen an die schatten angepasst haben lehne ich mich einen türrahmen und schaue sie an ängstlich warte ich auf ihre reaktion wenn ich bei ihr durchfalle wenn sie nicht auf das spiel einsteigt bricht meine welt zusammen aber aber auch solche gedanken gleiten langsam aus meinem bewusstsein längst ist jedes gefühl für wahrheit oder wirklichkeit von mir gewichen ich bin in meinem land der träume angekommen von nun an gelten andere gesetze mich als steve als man gibt es nicht nicht mehr ich rase mit lichtgeschwindigkeit auf die realisierung meines perfekten ichs zu und nina ist die antwort sie besiegelt diesen versuch den traum zu leben sie ist der beginn sie steht langsam auf und geht auf mich zu in ihren augen zärtliche bewunderung und als ihre stimme durch den traum dringt und sagt du bist ein wunderschönes mädchen wie heißt du ist es vollbracht ich bin endlich angekommen so nun zu michael degen und seinem traurigen prinzen da möchte ich Ihnen vorher eine kleine Geschichte erzählen ich hatte das Glück oder die Ehre oder die Freude mit fünf Jahren das erste Mal auf der Bühne zu stehen und da stand ich nun und trug ein Gedicht vor wenn ich ein Vögel ein wehr am nächsten Tag schrieb der Haller Anzeiger der neue Oskar Werner ist geboren und ich kannte Oskar Werner nicht mein Vater zwar Schauspieler hatte Oskar Werner von mir bewusst versteckt und ich fragte ihn wer ist Oskar Werner wir werden schon noch darüber sprechen und so ging es mir eine Zeit lang bis ich ins Gymnasium kam dort Theater spielte und jeder sagte immer sie sprechen wie der Oskar Werner du sprichst wie der Oskar Werner bitte du nicht imitieren und ich sagte ihm das ist meine Stimme was soll ich machen erst später beim Gesangsstudium Reinhard Seminar und so weiter man hat es mir abgewöhnt nicht nur man auch Frau meine erste Frau war dagegen bin heute mit meiner zweiten 33 Jahre glücklich verheiratet sie liebt die Stimme Oskar Werners immer noch nicht egal Aber ich sprach so und ich hatte eines abends die Möglichkeit den späten nachmittags Oskar Werner nach einer Josefstadt Vorstellung wo er Gedichte las kennenzulernen und habe mit ihm gesprochen und er erzählte ihm diese Geschichte beim Bühnentürl und er war entsetzt sich die Sprache wegnehmen zu lassen aber sie reden wie ich und ich fing an ich durfte in frühen Jugendtagen wohl einen Kranz auf meinem Haupte tragen plötzlich war jemand sprachlos aber nicht lange er meinte das ist ja ganz groß kommen sie gehen mit mir wir müssen blau und so konnte ich mit Oskar Werner eine Nacht verbringen und ich hätte damals ein Buch darüber schreiben können und sollen in der Zwischenzeit hat das Michael Degen seines eigenen Schauspielers gemacht das lustige ist entweder hat Oskar Werner sämtliche Leute mit denen er gesprochen hat die er eingeladen hat Schema X genauso wie es sich in meiner Nacht abgespielt hat spielte sich in diesem Buch ab man musste schon sehr trinkfest sein um damals Oskar Werner mithalten zu können und ich habe zwei dreimal das WC aufgesucht um weiter mit ihm trinken zu können aber es war wichtig und wir haben uns wirklich köstlich unterhalten und er hat mich eingeladen nach Lichtenstein er hat gesagt ich muss nur nach Marburg eine kleine Geschichte da mache ich ein Gastspiel das dann nicht stattgefunden hat weil nur zehn Karten verkauft wurden und dann hat man sich geeinigt dann macht man keine Vorstellung und ich wäre vierzehn Tage später bei ihm in Lichtenstein eingeladen gewesen und in dieser Nacht ist er in Marburg an einem Herzinfarkt an seinem zweiten Herzinfarkt verstorben es war der 23. Oktober 1984 ich werde es nie vergessen und es hat sich eine Tür für mich geschlossen und wie man so schön sagt es macht sich eine Tür immer wieder auf ich habe nie daran geglaubt aber es war wahr am 23. Oktober starb mein geliebter Oskar Werner am 24. Oktober hat mich meine heutige Frau zum ersten Mal geküsst schön so dann schauen wir was der Michael Degen dem Oskar Werner sozusagen entlockt hat eigentlich wollte ich Musiker werden die Violine hätte mir sehr gelegen oder das Dirigieren wo aber sollte das Geld für so ein Studium herkommen die Mutter lehnte meinen Wunsch sofort ab und meinte ich soll mir etwas anderes weniger Verrücktes suchen wahrscheinlich glaubte sie auch nicht dass es mir mit einem solchen Beruf so wirklich ernst war ich weiß ja selbst nicht wie ich auf den Gedanken kam von einem Toscanini oder Furtwängler da ahnte ich damals noch nichts ich war auch noch nie in einem Konzert gewesen nur ins Theater bin ich schon gegangen meine geliebte Großi, meine Großmutter hat mich ein paar mal auf die Stehplätze im letzten Rang mitgenommen sie schimpfte immer auf diesen Rang unterm Dach weil die Schauspieler von dort aus so winzig wirkten wie Käfer im Gras vom Kirchturm aus gesehen hat sie immer gesagt meine Großi liebe ich im Grunde mehr als meine Mutter und meinen Vater zusammen bei den Sonntagsausflügen in die Wachau spielte ich der Mutter und der Großi dann einiges von dem vor was ich gesehen hatte und die Großi staunte das habe ich alles gar nicht sehen können von da oben versicherte sie meiner Mutter der Bub hat ja hab ich zu Augen das ist aber bisher das einzige Talent das mir an ihm aufgefallen ist erwiderte meine Mutter kalt die Frauen warfen sich drauf in ein paar Grobheiten an den Kopf wobei die Große mich vehement in Schutz nahm über den Oscar wirst du doch staunen sagte sie immer wieder der hat es in sich das spüre ich sie hat es leider nicht mehr erleben können meine Große ich hätte sie so gern im Zuschauerraum gewusst während meine großen Rollen an der Burg gespielt habe ins Kino ging sie ja nicht das ist Aftertheater sagte sie jedes Mal wenn ich vorgeschlagen habe mit ihr einen Film anzusehen an der Theaterrei aber bekam ich mit der Zeit immer mehr Spaß und ermutigt wurde ich auch sogar von meiner Mutter Oscars Straßentheater nannte es die Große wenn ich dem Passanten auf der Gasse etwas vorspielte sie war oft dabei und schlug die Hände vor das Gesicht damit man ihren vom Lachen verzerrten Mund nicht sah meine erfolgreichste Darstellung war der hilflose blinde Bub zu dem mir ständig neue Variationen einfielen ich konnte fabelhaft stolpern und sogar hinfallen sechs Jahre alt klein, stockdünn so kreierte ich meinen blinden Oscar bis zum heutigen Tag bin ich mir nicht sicher ob ich es nicht dabei belassen hätte sollen das Theaterspielen wird doch ewig ein Beruf für Unerwachsene bleiben damals aber faszinierte mich die unmittelbare Nähe der Zuseher ihre spontanen Reaktionen auf mich das hob mich von allen anderen ab es kam mir wie Zauberei vor was ich da tat und diese Direktheit war viel aufregender als das Spielen über die arrogante Distanz hinweg mit der wir Komedianten auf dem Theater von den Zuschauern getrennt sind denken Sie allein in der Burg beträgt der Abstand zwischen Rampe und der ersten Sitzreihe mindestens zwei Meter zum Anfassen tagt das nicht gerade in der Gasse jedoch in der ich tagtäglich auf meine Mutter zu warten hatte bis sie von der Arbeit heimkam da fiel mir nichts anderes ein was mir und meiner Große im Rücken so viel Spaß brachte und die Zeit so rasch vergehen ließ das Mutterl gab ja nie den Wohnungsschlüssel aus der Hand weder mir noch Große zum Beispiel spielte ich den Schüchternen Blinden der die verfremden Stimmen fürchtet und sich tastend an Hauswänden entlang drückt von den Leuten gefragt wo ich denn zu Hause sei presste ich die Augen fest zu schüttelte den Kopf riss die Augen dann auf und schaute in die falsche Richtung einmal kam mir ein älteres Paar entgegen das mich entgeistert und mit tiefem Mitleid betrachtete Große ging als scheinbar uninteressierte Passantin vorbei und flüsterte mir zu und flüsterte mir zu dass ich die beiden in Ruhe lassen sollte aber dann fragten die mich ob ich Hunger hätte ich schüttelte den Kopf dann berieten sie sich und beschlossen mich nach Hause zu bringen da ich ja hoffentlich blind sei und die Orientierung verloren habe jetzt konnte ich nicht mehr zurück und auch wenn die Große mich aus Entfernung mit gespielten Drohgebärden und lautlosem Gelächter zu stoppen versuchte ich wandte mich von dem Paar ab und blickte kurz zu ihr hinüber da musste ich auch lachen konnte es aber mit einem Weinkrampf kaschieren ich selbst war verwundert über die Tränen die sofort aus meinen Augen rollten diese Technik habe ich später auch auf der Bühne übernommen damals sah ich nur dass die Große nur wirklich erschreckt war und auf mich zulief ich hörte wie das alte Paar sie beruhigte dass sie schon mit mir zurecht kämen ich drehte mich wieder zur Hauswand lachte und weinte in mich hinein und flüsterte etwas von zu Hause und strotzigasse ich tat als ob ich in großer Aufregung wäre tastete die Hauswand ab und die alten Leute nahmen mich bei den Händen führten mich behutsam über die Josefstätter Straße zur Storzigasse hinüber und fragten mich nach der Hausnummer als ich glaubte weit genug von der Große entfernt zu sein griff ich wieder an eine Wand nach ein paar Metern blieb ich stehen rief hier ist es und fasste einen Knauf auf einer Haustür hier muss ich warten bis Mama von der Arbeit kommt sie ist nämlich eine Hutmacherin und hat viel zu tun die alte Dame strich mir kurz über die Haare ergriff dann die Hand ihres Mannes und zog ihn fort offenbar ging ihm ein gespieltes kleines Schicksal zu nahe denn sie hatte Tränen in den Augen beide nahmen gar nicht wahr dass ich die Augen offen hatte und sie direkt ansah das erzählte ich danach der Große die ich auf der Straße wieder traf und sie sagte voller Staunen du hast sie hypnotisiert in dir steckt etwas ganz etwas furchtbares dann nahmen sie mich in den Arm und wir gingen nebeneinander her mit nicht ganz 16 Jahren meldete ich mich zum Vorsprechen im Burgtheater an größenwahnsinnig nicht wahr und was glauben sie es klappte der damalige Direktor der Burg sie werden ihn sicher nicht mehr kennen Müthl hat er geheißen schleppte mich auf die Probebühne wahrscheinlich hatte er gerade nichts Wichtigeres zu tun ein damaliger Regisseur am Haus Herbert Warnie Kieser begleitete uns ich dachte ich müsse den Otello den Romeo und den Hamlet spielen in einen Müthl sagte aufmunternd fang an mein Junge mein damaliges Lieblingsstück war der Prinz von Hamburg ich hatte es x-mal gelesen aber ich hab nie bedacht dass ich die Rolle auch hätte auswendig lernen müssen ich wählte die am besten geeignete Szene in der der Prinz die Kurfürstin um sein Leben anfleht und ich hoffte dass ich sie wenigstens einigermaßen im Kopf hatte ich frie jammerte wälzte mich auf den Boden schlug um mich heulte und blieb zum Schluss liegen völlig erschöpft keiner der beiden unterbrach mich wenn man beginnt seinen Körper als alt und abstoßend zu empfinden dann ist es Zeit doch noch ist es nicht so weit ich habe neulich in Amerika einen Film abgedreht Playback einen Krimi warum auch nicht mit dem Theater bin ich verheiratet sage ich immer aber der Film ist meine Geliebte im Augenblick lebe ich eben wieder mal mit meiner Geliebten Stanley Cramer will mit mir einen Film über Solzhenitsin drehen und Johnny schreibt gerade ein Drehbuch für mich ich bin immer noch ein verspäteter Jüngling in den Fünfzigern etwas aufgeschwemmt zugegeben aber noch natürlich blond vollhaarig und beinahe ohne graue Stellen ich habe nie Kritiken über mich gelesen höchstens manchmal welche über verhasste Kollegen wenn sie dann verrissen wurden eine der wenigen Freuden die einem unser Berufsleben gönnt ansonsten für mich gibt es nur zwei Sorten von Kritikern Schreiberlingen diesen fragwürdigen Existenzen die einen können mich am Arsch lecken die anderen dürfen nicht mal das oder interessiert es Sie was Eunuchen über die Liebe denken ich sehe schon Sie wollen mir widersprechen ja natürlich gibt es Ausnahmen Siegfried Jakobsen Julius Bab Alfred Polgar die konnten oft sehr genau begründen was dort auf der Bühne nicht funktionierte aber viele andere Kerr etwa er saß bei Premieren im Deutschen Theater stets auf seinem angestammten Platz in der dritten Reihe rechts und dachte sich da während der Vorstellung seine Kalauer aus nach Wedekins Frühlingserwachen schrieb er gestern Abend im Berliner Deutschen Theater früh links erwachen abends rechts einschlafen ein Kalauer ein Kerscher Kalauer zum Späben Gott sei Dank hat ihm das Stück von Wedekind überlebt an manchen Tagen habe ich das Gefühl als verliere ich meine Hirnsubstanz durch die Nase kaum wage ich es mich zu schneuzen und danach ins Taschentuch zu schauen doch damals als ich den Schüler spielte ich erinnere mich noch ganz genau damals nahm ich selber gar nicht wahr wie jung und gesund ich war ich hätte so ganz nebenbei Bäume ausreißen können 1948 hatten wir gerade wieder angefangen richtig zu essen bis dahin sorgten wir uns eher um unsere Ernährung du musst zusehen dass du was für unsere Lebenserhaltung anschaffst forderte Mama ständig du bist schließlich am Burgtheater als ich den Schüler spielte war ich immer schon vor der Pause fertig und saß in der Kantine vor kaltem Schnitzel und Erdäpfelsalat eins ließ ich mir immer einpacken es brachte es nach Mutter nach Hause jeden Tag konnte ich mir das natürlich nicht leisten ich hatte ja auch mein Kind zu versorgen aber die Sissi verdiente auch und damals sogar mehr noch als ich und mitunter lud mich auch einer der Kollegen ein die Vorstellung hat fast immer vier Stunden gedauert drei davon saß ich in der Kantine und aß mich satt der Balser hatte als Faust einen sehr deutlichen aber auch recht behäblichen Sprachstil wenn ich den Faust gespielt hätte wäre die Vorstellung mindestens um eine Stunde kürzer gewesen Balser hatte das Stück auch inszeniert und er hätte es am liebsten gehabt wenn wir alle so prononciert langsam und überdeutlich gesprochen hätten wie er können Sie sich das übrigens vorstellen den Faust zu spielen und gleichzeitig inszenieren diese Monsterrolle einmal in der Kantine fragte ich ihn weshalb er den Text gar so eifrig zelebrierte darauf erklärte er dass viele der Zuseher zum ersten Mal überhaupt mit dem Text konfrontiert würden im Gegensatz zu uns die wir ihn seit der Proben schon x-mal gesprochen zerkaut und wieder ausgespiehen hätten so nannte er das das überzeugte mich nicht im Gegenteil die Respektlosigkeit des großen Ewald Balser gegen den titanen Goethe und die Langeweile an dem einzigartigen Text die er mit seiner Sprechweise hervorrief machten mich richtig aggressiv im Publikum wollte natürlich niemand zugeben dass man sich langweilte aber das Husten und Schneuzen machte den gegenteiligen Eindruck auf uns wissen sie was Werner Krause einmal fertig gebracht hat als er ein Gastspiel von König Lier gab und die Leute nicht aufhörten Lärm zu machen obwohl er wie er später zugab es November war und beinahe jeder erkältet gewesen ist er der König schlenderte nach vorn an die Rampe zog umständlich ein Tuch aus seiner Kostümtasche schnäuzte rotzte hustete in den Zuschauerraum hinein verbeugte sich kurz und spielte dann weiter zum Endapplaus verneigte er sich mit dem Rücken zum Publikum gegen seine Mitspieler ging ab und ward nicht mehr gesehen es hätte nur noch gefehlt dass er die Hosen heruntergelassen hätte und dem Zuschauer dem blanken Hintern entgegengestreckt hätte wer sich mit allem was ihm zur Verfügung steht diesem Beruf verschreibt der muss sich irgendwann mit einem Ende abfinden es ist der längste schmerzvollste und zugleich lustvollste Selbstmord den man sich denken kann mein Dasein und Handeln scheint mir im Grunde viel ehrlicher als das übliche Gefasel vom gesünderen Leben in dieser oder das vom schönen Leben in einer paradiesischen Welt ich habe mit acht Jahren meiner Mutter zugesehen wie sie versucht hat sich umzubringen ich habe gehört wie sie nach einem qualvollen Erwachen verzweifelt flüsterte es gelingt nicht es gelingt nicht Gott straft mich indem er mich am Leben lässt nicht wahr das fragte sie dem Pfarrer der in ihrem Bett stand und während dieser von der Großmutter herbeigerollte Kirchenmann ihr von der Sünde predigte die das Wegwerfen eines von Gott geschenkten Lebens bedeutete sah ich zu wie sie sich die Seele aus dem Leib kotzte und die Große geduldig immer wieder neu alles säuberte der Pfarrer war angeekelt der Pfarrer war angeekelt er wandte sich ab ich habe die Konsequenz meiner Mutter in dieser Hinsicht stets bewundert lieber saufe ich mich ins Jenseits als dass ich mir beim missglückten Suizid schmerzenden Schaden zufüge so kann ich mir zumindest einige letzten Stunden der Heiterkeit einhandeln meiner Mutter jedenfalls blieb der Freitod wegen ihrer Ungeschicklichkeit versagt während ich ganz gut dabei bin mich auf eine liebevolle Weise zu entleiben richtig wovor fürchten sich denn alle am Ende doch etwa vor dem Nichts aber das würde ja bedeuten dass wir all den Fantasien vom Jenseits und vom Paradies nicht zurecht trauen können und seien wir doch ehrlich womit hätten wir letzten Endes denn ein Paradies verdient nein nein ich bleibe beim Nichts das mich im Tod erwartet aber was könnte einem das Nichts schon antun ja eben nichts nichts bleibt nichts tut nicht weh macht keinen Kummer und bedeutet für uns die absolute Auslöschung angesichts des Daseins mit all seinem Schmerz und Kummer dem wir ausgesetzt sind verheißt das doch nur eine nie endende Erleichterung bloß was machen wir aus unserem Hiersein darüber sollten wir uns den Kopf zerbrechen wodurch unterscheiden wir uns vom Tier sagen sie mir das etwa durch unseren Traum vom Jenseits wir haben unser Fell verloren und schaffen uns ein künstliches an und aus welchem Material aus dem Fellabfall der Tiere seit unzähligen Epochen laufen wir so herum ernähren uns falsch und handeln der Natur zuwider wir die Menschheit hätten schon längst in Verwesung übergehen müssen nur auf Kosten anderer Lebenwesen sind wir überhaupt noch da im Übrigen möchte ich kein Regisseur mehr sein ich habe es probiert und ich weiß wovon ich rede die Lasterverantwortung für alles zusammen Darsteller, Kostüme, Bühnenbild das kann einen ins Spital bringen vor allem halte ich nichts von den sogenannten Regie-Talenten die einen kaum betritt man die Bühne und hat noch nicht den Mund aufgemacht schon unterbrechen und Anweisungen geben die können nicht akzeptieren dass auch der Schauspieler ein Recht auf Eigenschöpfung hat und selbst herausfinden muss wo und in welcher Welt er sich befindet durch das besserwisserische Verhalten solcher Spielleiter wird durch jede Kreativität im Keim erstickt wenn dem Schauspieler jeder Weg um zur Rolle vorzustoßen verstellt scheint dann darf der Regisseur eingreifen das macht für mich überhaupt die Qualitäten eines Regisseurs aus dass er erkennt wann er eingreifen muss und vor allem dass er zuhören kann die meisten dieser Spielführer geben das Zuhören doch nur vor bei den jungen hübschen Kolleginnen zum Beispiel die ihre Weiblichkeit so auffordernd von sich her tragen haben sie bei den Proben absolut nichts einzuwenden finden sich aber während der Vorstellungsserie regelmäßig in der Garderobe ein um ihnen Kritisches zum Vorabend mitzugeben und ihnen anschließend noch einen Quickie zu verpassen wenn die Dame sich dann wenig später dem Publikum zu stellen hat breitbeinig stehend wie ein Gürassier die Arme weiß sie nicht mehr viel von der Kritik die er gerade verpasst worden ist ich kannte einen Regisseur der jedem Schauspieler wirklich neugierig zuhörte die Suche nach seiner Rolle als äußerst spannend verfolgte und wirklich nur dann eingriff wenn man resignierte oder Mittel probierte die ihn anwiderten Vortäuschung von Gefühlen zum Beispiel oder mit bloßer Zungenfertigkeit über wichtige Inhalte hinweg zu rasen weil man sie nicht verstand kurz mit vordergründigen Talenten den Zuschauer abzulenken und ihm den wahren Sinn vorzuenthalten das schätzte er gar nicht aber er hasste geradezu jene Schauspieler die selbst nichts zur Geltung beitrugen und sklavisch auf die Eingebung des Regisseurs warteten wenn die Arrangements einmal gestellt waren ließ er den Darstellern freihand einmal unterbrach er einen Kollegen der tagtäglich brav seine Arrangements ablief mit der Frage ich sehe sie jetzt seit fast drei Wochen sehr korrekt wenn ich Stellungsvorschläge ablaufen das ist alles gut und schön aber wo bleiben sie? das war Ingmar Bergmann den liebte ich als einziger Regisseur ich war von Anfang an fasziniert von der Vorstellung mein bisheriges Leben auf der Bühne vergessen zu können zumindest eine Zeit lang die Große hatte mich zu meinem ersten Theaterbesuch eingeladen auf der Galerie des Burgtheaters standen wir hoch oben und sahen den Prinz von Homburg von da an gab es nur noch dieses eine Theater für mich dort im Burgtheater wollte ich spielen ich hatte schon vorher auf einer Bühne gestanden im 10. Bezirk in der Wielandgasse Beißkorb hat das Theater geheißen wenn man es überhaupt im Theater nennen konnte zwei Jahre später spielte ich schon an der Burg dieser erste Prinz von Homburg war ein bleibender Eindruck ich weiß nicht mal wer ihn damals dargestellt hatte die Darbietung wird wohl nicht so umwerfend gewesen sein es war wohl eher das Stück das mich gefesselt hat die Große sagte als wir wieder zu Hause waren weißt Oskar wenn ich einmal gesehen habe im Burgtheater den Kainz der hat damals gespielt das war ein ganz großer Schauspieler solche wie den gibt es bald nicht mehr aber ich habe ihn noch gesehen wie die feinen Leute haben es da geredet richtiges Hochdeutsch Burgtheaterdeutschheit sie zitierte irgendwas und als sie aufhörte habe ich sie angefleht noch mehr auf Hochdeutsch zu sagen ein Gedicht vielleicht sie tat mir den Gefallen ihre Stimme hatte dabei ganz anders geklungen das war großes Theater in Wahrheit war das alles zusammen mein erstes großes Theatererlebnis es begann mit dem Hornburg und endete mit meiner Großmutter in ihrer Küche vielleicht verstehen sie jetzt warum ich dem Prinzen noch einmal spielen ich und meine Frau hatten öfter die Gelegenheit zusammen auf der Bühne zu stehen einmal jedoch tat ich es ohne sie wissen zu lassen sie spielte die Tochter des spanischen Königs die während einer Messe von einer Reihe von Mönchen zu knien hat ich zog ein Mönchskostüm an und ging mit den Kollegen auf die Bühne als sie dann aufschaute sah sie mir direkt in die Augen ich zog ein gottgefälliges Gesicht und sie erschrak ganz fürchterlich ich habe ihr danach versprechen müssen so etwas nie wieder zu tun ein anderes Mal habe ich mich in die Nullgasse hinter den Feuerwehrmann gestellt und lautstark gerülpst sie sah zu mir her unterdrückte mühevoll ein Lachen während der Feuermann dachte das gehöre zur Darstellung und sofort beiseite trat das machte sie nun völlig fertig sie drehte dem Zuschauerraum den Rücken zu und hielt sich den Bauch vor Lachen als meine Aufgaben jedoch größer und komplizierter wurden und meine Freizeit knapper ließ ich diese Späße soll ich ihnen was gestehen im Grunde war ich neidisch neidisch auf ihre großartigen Rollen auf sie obwohl ich mir das lange nicht eingestehen wollte wenn es eine Rolle gab die ich wirklich zum Leben erweckt habe dann war es der Hamlet mein großer Vorgänger zu diesem Part der Herr Kainz dessen Interpretation zu seiner Zeit als unüberbietbar angesehen wurde ist nach meiner Darstellung zu seinem Nachteil kritisiert worden ich musste es gar nicht selbst lesen es ist mir berichtet worden am Telefon im Theater und von vielen Kollegen denen der Neid nicht aus den Augen schaute meine Lieblingsrolle vom Hamlet abgesehen es war der Dr. Schumann im Namen Schiff Dr. Wilhelm Schumann vielleicht ist Ihnen dieser Film nicht entgangen ich habe die Rolle anfangs nicht sehr gemocht und konnte keinen Kontakt zu ihr bekommen doch mit der Zeit und wir probten vor den Aufnahmen sehr ausgiebig näherte ich mich ihm allerdings mehr physisch als psychisch wie soll ich es Ihnen schildern ich hatte gerade wieder einen Versuch hinter mir meine Sauferei aufzugeben und fühlte ab und zu ein starkes Brennen in der Brust es mag Einbildung gewesen sein die von der Rolle kam da der Schumann ja ständig mit seinen Herzattacken zu kämpfen hat aber die Schmerzen empfand ich und ich war nahe dran einen Arzt aufzusuchen ein wenig sogar mit dem Hintergedanken mich krank schreiben zu lassen aber als die Aufnahmen beendet waren ließ der Schmerz nach und ich verfiel wieder dem Alkohol das Brennen kam nicht zurück der Dichter Kleist braucht das Alter und die Erfahrung des Darstellers damit seine Figuren auf der Bühne lebendig werden wie alle großen Dramatiker sie ziehen sich hinter ihren Figuren zurück erst das macht ja ihre Größe aus auch dass man diese Dichter erst in einem gewissen Alter begreifen kann egal ob der Poet sein Werk schon in der Jugend verfasst hat oder später ich glaube ich kann Ihnen verraten weshalb ich mir immer wieder Eskapaden wie die aus dem Burgtheater erlaubte ein Grund mag gewesen sein dass ich einmal während des Krieges dem Tod sehr nahe war sie erinnern sich sicher an meine Flucht an den Bombenangriff das Widerarsenal es war ein entsetzliches Erlebnis wir waren schon längere Zeit verschüttet und es bestand so schien uns keine Hoffnung auf Befreiung von außen meine Frau mit der noch winzigen Tochter hatte beinahe schon aufgegeben um uns herum saßen Leute die ebenfalls in den Luftschutzkeller geflüchtet waren sie dürften völlig apathisch vor sich hin während ich unruhig war die Wände abklopfte und um Hilfe schrie doch niemand hörte mich da fing unversehens meine Tochter zu brüllen an sehr ausdauernd ich hatte mich inzwischen müde geschrien und setzte mich neben meine erschöpfte Frau die jetzt auch noch unser brüllendes Kind im Tragkorb schaukeln musste als sie nun aber kurz Luft holte um Kraft für ihre nächsten Protest Schreie zu sammeln hörte ich auf einmal Klopfzeichen sie kamen von irgendwo aus großer Entfernung und niemand anderer hatte sie wahrgenommen ich wollte nicht an Einbildung glauben sprang auf schlug wie ein Verrückter gegen die Wände und forderte die anderen Leute auf auch zu schlagen die Noni war von der plötzlichen Betriebsamkeit so perplex dass sie nur noch leise wimmerte wenn wir hier lebend rauskommen versprach ich mir werde ich keinen einzigen Moment meines Lebens mehr vergeuden keinen einzigen ich werde jeder Gelegenheit nachlaufen die sich bietet mir etwas Besseres einen noch größeren bedeutenden Lebensinhalt verspricht als die Klopfzeichen deutlicher wurden und auch die anderen verschütteten sie hören konnten schrien wir alle um Hilfe nach kurzer Zeit vernahmen wir die dumpfen Axtschläge der Retter die sich endlich bis zur richtigen Stelle durchgekämpft hatten aus einer Mauer brachen Ziegelsteine ein Loch entstand was schnell so groß dass wir alle nacheinander durchschlüpfen könnten gut zwei Tage und Nächte hatten wir in diesem Keller zugebracht das Kind reichten wir im Korb hinaus und als wir draußen im Staub standen und in das grelle Tageslicht blinzelten sagte einer unserer Befreier der die Axt geführt hatte da haben wir ihn ja ohne den Schreihäus hätten wir euch wirklich nicht so rasch gefunden da ist noch etwas anderes das wohl mehr oder weniger eine Folge der Verschüttung war ich empfand danach immer stärker eine nervöse Unruhe und versuchte mich durch meine tragische Anhänglichkeit an Werner Kraus selbst zu besänftigen auch das ließ mich zum Säufer werden wir haben zeitweise zusammen derart gesoffen dass ich anschließend mein Zuhause nicht mehr fand ich versäumte Proben am nächsten Tag und sagte mir schon damals dass ich das Theater oder das Theater solche Eskapaden nicht mehr lange würde durchhalten können deshalb schien es mir deutlich ungefährlicher und zudem lukrativer mich bei Zeiten in der lässigen Filmsparte umzutun wo es keine Alltagsroutine wie an der Bühne gibt wie ich damals dachte es war ein schwerwiegender Irrtum mich bald herausfinden sollte doch der direkte Kontakt mit dem Zuseher im Theater die langen Text Passagen vor allem in den klassischen Rollen die Anwesenheitspflicht all dies würde mir eines Tages schwer machen solche Gefahren sah ich beim Film nicht oder jedenfalls nur selten der Engel mit der Posaune war mein erster ernstzunehmender Versuch in dieser Richtung aber ich habe auch bald die Nachteile dieses Metiers erkannt die ständige Überwachung vor allem bei den amerikanischen Filmleuten war unfassbar nach meinem dortigen Debüt Entscheidung im Morgengrauen bekam ich in Hollywood eine Serie von Angeboten als hätte man mich im Drugstore entdeckt aber es war nichts dabei was mich überzeugte schauen sie sagte ich zu einem Produzenten mit Mickey Maus und Rin Tintin kann man natürlich Filme machen aber Shakespeare können sie mit denen nicht spielen damit verabschiedete ich mich aus der Traumfabrik und nahm das erste Schiff heim nach Europa ich flüchtete regelrecht zurück in die Arme des Theaters mit dem Theater bin ich verheiratet sage ich noch heute der Film war meine Geliebte mein Leben lang bisher jedenfalls meine Mutter die sich überall als Frau Werner ausgab schimpfte maßlos wenn ich wieder mal einen Film abgesagt hatte sie wohnte oft monatelang hier bei mir in der Teigstelburg bis ich es nicht mehr aushielt und in heller Verzweiflung nach Wien floh hin und wieder las sie neu angekommene dümmliche Drehbücher und versuchte sie mir schmackhaft zu machen sie ist die einzige Person gegen die ich mich noch heute nur indirekt wehren kann meistens mit einer Flucht es zog mich erst einmal hierhin zurück und ich kam allmählich zu dem Entschluss den Beruf des Komedianten an den Nagel zu hängen doch dann kam das Angebot der Frankfurter Bühne dort den Hamlet zu spielen damals war ich 31 Jahre alt also genau in dem Alter das Shakespeare sich für den Hamlet vorgestellt hatte und beschloss bis ein klarer Wink des Schicksals zum Theater zurückzukehren noch noch dazu mit einem Regisseur wie dem Mütl der hat mir gewissermaßen den Weg auf die Bühne geebnet und dem es fast auch gelungen wäre mich vor dem Militär zu retten Schauen Schauen Sie woher kommen die meisten dieser Spielleiter zum Großteil haben sie sich selbst jahrelang erfolglos als Komedianten geschunden bis sie endlich begriffen dass ihnen zu einem ordentlichen Schauspieler schlicht das Talent fehlt aber wenn sie das endlich einsehen wollen sie sich natürlich nicht von diesem Milieu verabschieden und so ergreifen sie eben den Beruf des Regisseurs des Spielleiters manchmal obwohl sehr selten mit Erfolg aber die große Zahl derer die heute diese Profession ausüben sind doch ehemalige Kleindarsteller die sich an ihrer Obhut anvertrauten Schauspielern rächen wollen für die eigene Erfolglosigkeit wie soll man einem Einuchen zuhören wenn er über die Liebe redet und was ist das hohe Alter für jeden gibt es auch ein anderes hohes Alter niemand kann wissen wie hoch sein hohes Alter sein wird soll man davor auch noch Angst haben Angst vor dem Nichts oh ja die Angst treibt oft die verrücktesten Blüten man schaue sich nur die Religionen an aber wenn man sein persönliches hohes Alter nicht erreichen kann sollte man aus der Lebenslänge keinen Wettkampf machen Sieger ist wer am längsten durchhält auf den Inhalt sollte man achten ich weiß jetzt spricht schon König Alkohol aus mir das fällt mir ein als Bub habe ich die Greta Garbo und später auch die Ingrid Bergmann angehimmelt dann jedoch als ich selbst ins Filmgeschäft eingestiegen war sah das auf einmal ganz anders aus gut ja die Simone Signore hat großen Eindruck auf mich gemacht Jean Marot dagegen war eine arrogante Kuh Humphrey Bogart hat einmal gesagt darauf muss man trinken mit den Frauen leben ist die Hölle ohne sie zu leben auch über meine Beziehungen über mich und die Frauen ist viel geredet worden ich weiß eine Zeit lang hat man mich den Casanova aus Gumpendorf genannt es ist schon was dran aber das waren doch alles nur flüchtige Liebschaften Amuren Pantscheln wie wir das in Wien nennen das macht doch jeder Bursch am Anfang Die Liebe war so verworren so unüberschaubar ich war auch selbst nie der Verführer sondern immer der der sich verführen ließ es ist immer die gleiche Erfahrung mit den Spielleitern man arbeitet mit einem macht gute Erfahrungen glaubt dann sich ihm angenähert zu haben zumindest auf eine gewisse Gleichgesinntheit eingeschworen zu sein aber dann bei der zweiten Inszenierung erlebt man einen absolut anderen Menschen mir ging es somit François Truffaut bei den Dreharbeiten zu Jules und Jim verstanden wir uns blendend er nahm meine Ratschläge an ich die seien er war eine höchst produktive Zusammenarbeit dann jedoch gerade durch diesen Film hatte er einen gewissen Bekanntheitsgerad erreicht und entsprechend wuchs seine Selbstüberschätzung bei Fahrenheit 451 wusste er auf einmal ziemlich genau wie wir Schauspieler jede Zeile zu sprechen hätten obwohl es vieles gab das man hätte diskutieren müssen da war beispielsweise die Doppelbesetzung der beiden weiblichen Hauptrollen Clarisse und Linda mit einer einzigen Schauspielerin Julie Christi dabei sind das völlig verschiedene Charaktere das entsprach weder der Idee noch dem Buch des Autors doch Truffaut bestand darauf aus finanziellen Gründen ich weiß es nicht er ließ sich jedenfalls nicht davon abbringen und verlangte dass ich mich in der Rolle des Montag beiden Frauen gegenüber völlig gleich verhalte dabei war die eine meine Ehefrau die andere meine Geliebte ich sah das nicht ein und spielte Ehemann und Liebhaber völlig unterschiedlich die Unstimmigkeiten zwischen mir und Truffaut nahmen immer mehr zu wir grüßten uns fast nicht mehr verkürzten Mitteilungen auf die notwendigsten Worte und alle sportlichen Szenen mit mir mussten gedubelt werden da ich mir beim öffnen meiner Wohnwagen Tür das Knie verletzt hatte man hatte mich versehentlich eingesperrt jedenfalls wurde das behauptet und ich hatte versucht die Tür aufzutreten einmal kam ich mit kurz geschorenen Haaren zum Drehort weil ich versehentlich beim Friseur eingeschlafen war es durften also keine Nahaufnahmen von mir gefilmt werden ich hatte ein Tourneetheater gegründet das im gesamten deutschen Sprachraum herumfahren sollte ich wollte die Zuschauer locken die mich aus meinen Filmen kannten und die neugierig auf mich als Bühnenschauspieler waren außerdem konnte ich mir am Anfang keine teure Werbung leisten mein guter Name war die einzige Reklame und natürlich musste die Truppe meinen Namen haben aber ich hatte einfach kein Glück mit all meinen diversen Produktionen und den Eigenproduktionen nicht ich hätte vielmehr Geschäftsmann sein müssen um so ein schwieriges Unternehmen zum Erfolg wegzuführen aber das lag mir nicht sie kennen doch sicher den Spruch wirf das Geld zum Fenster hinaus damit es zur Tür wieder reinkommt aber so viel Mut hatte ich nicht das war der wahre Grund meines Versagens ich hätte trotz aller künstlerischen Ansprüche viel kommerzieller denken sollen als ich merkte dass es wirtschaftlich eng wurde habe ich wieder einmal die Flucht ergriffen ich wollte nur noch irgendwo unterkriechen mich in einem Staatstheater verstecken oder Filme machen als ich mir aber die Angebote ansah die mich erreichten konnte mich keines überzeugen ich versuchte hier in diesem Haus zur Ruhe zu kommen mit meinem Freund dem Alkohol Ja der tat mir gut der ließ mich wieder zu mir selbst finden ich dachte an die wenigen ernstzunehmenden Filme denen ich mitgewirkt hatte an die großartigen Filmpartnerinnen und Partner mit denen ich zusammen gearbeitet hatte es waren wunderbare Zeiten und es hatte immer mit Liebe zu tun wissen sie einmal war ich mit Simon Signoret auf einer Party man hielt mir spöttisch vor dass ich so ein Frauenschwarm sei sogar die Schwiegermutter des Hauses habe eine Schwäche für mich wie ich mich denn all dieser Versuchungen erwehren würde ich fragte daraufhin was eigentlich so schlimm daran sei wenn man zwei Frauen zur gleichen Zeit liebe es wurde totenstill im Raum aber Simon Signoret rettete die Situation mit Eleganz und Intelligenz ich hoffe es geht auch mit rein ich bin nämlich auch verknallt in dich oh ja ich hatte meine große Zeit in beiden Sparten meines Berufs und doch bin ich ein altmodischer Mensch einer mit einer alten Seele und soll ich Ihnen noch etwas gestehen die Wahrheit ist ich bin nicht der Künstler geworden der ich so gern geworden wäre obwohl ich mir verdient habe ich denke sogar für mehrere Filme es ist ewig schade um mich weniger saufen das hat mir schon Simone Signore geraten obwohl sie selbst immer kräftig zugelangt hat eine fabelhafte große Kollegin Sante immer dasselbe es geht einem dann doch das aus was man braucht Sante Eines jedoch müssen sie wissen mein lieber Freund und zwetschgen tröster sie können mir mit all ihrer Fantasie nichts vorwerfen was ich mir nichts schon selbst hunderte Male vorgeworfen habe wissen sie wann es bei mir angefangen hat schief zu laufen seit den Proben zu Beckett oder die Ehre Gottes als der Regisseur Lindberg zu mir sagte geben sie acht Oskar der Schweiger spielt sie vielleicht an die Wand nach der Probe lud ich den Kollegen Schweiger zum Essen zu mir ins Haus und vier Wochen später lief die Premiere es wurde ein Riesenerfolg trotz der Einflüsterung Lindbergs ich habe sie nie vergessen im Film der später daraus wurde zeigten die meisten Großaufnahmen mich wie hätte ich mich denn sonst verhalten sollen bei meinen Ansprüchen das war ich mir schuldig bei meinen Partnern hatte ich ohnehin den Ruf der absolut ungewöhnliche der außergewöhnliche Begabte zu sein und die meisten waren einverstanden mit meiner bevorzugten Behandlung darum gab es auch kaum Eifersüchte Lein wenn ich das als selbstverständlich hinnahm nur mit einem wollte ich mich nicht abfinden mit der ewigen Gängelei durch die Regie mit ihren höflich bedrohlichen Anweisungen die man letztendlich zu befolgen hatte wenn ich mir gar nicht mehr zu helfen wusste nun dann kam ich eben mit zu kurz geschnittenen Haaren zum Drehort oder ich verborg mir den Fuß um mich nicht während des Drehens artistisch betätigen zu müssen darüber hinaus beschlich mich immer mehr das Gefühl und das Bewusstsein das ich niemals erreichen würde was mir am Anfang meiner Karriere so sehr gewünscht hatte ich begann zu trinken um meinem Bodenschleifen das Selbstbewusstsein wieder aufzurichten ich fing an alles zu übertreiben was ich bei nüchternem Verstand viel kühler gesehen und getan hätte unter uns lieber Freund welchen Gefahren sind wir denn schon durch den Alkohol ausgesetzt müssen wir deshalb etwa mit einem allzu frühen Tod rechnen wo ist denn schon der Unterschied zwischen einem 82 Jährigen und einem 62 Jährigen es gibt ihn nicht ab einem gewissen Alter spielt das keine Rolle mehr die Kreativität verlässt uns ob mit oder ohne Alkohol danach vegetieren wir nur noch mehr oder weniger vor uns hin und warten auf das Unvermeidliche oft wenn ich so gedanklich vor mich hinschrumpfe stelle ich mir das Ende als eine Art Rückkehr vor in die Kindlichkeit in das Babyalter in den Fötus und plötzlich höre ich Geräusche die wir im Mutterleib vernehmen das dauernde Furzen beispielsweise schwangere Frauen leiden ja oft an ständigen Blähungen dieses Furzen stelle ich mir dann als ein Signal vor ein Signal für den Eintritt des Nichts ins absolute Nicht Dasein vielleicht ist mein übersteigerter Alkoholkonsum nur eine andere Art von Todessehnsucht es könnte doch sein bis jetzt ist es mir allerdings ganz gut bekommen mit diesem Stoff im Leib fühle ich mich zu allem fähig kräftig und voller Tatendrang wie lange die Kraft noch halten wird kann ich nicht voraussagen aber zurzeit fühle ich mich ausgesprochen wagemutig und ich habe mir viel vorgenommen doch doch der Tod ist zu einer Nebensache geworden wenn es soweit ist wird man sich langsam an ihn gewöhnen müssen dann sollte man dazu im Stande sein ich wollte mir nie vorschreiben lassen was ich zu tun und zu lassen habe meinem Anspruch auf freie Entscheidung lief das völlig zuwider und nur darum ging es die Freiheit war mir am wichtigsten ich habe die hohen Herrschaften von der Burg ja später auch noch zusätzlich verärgert indem ich am Theater in der Josefstadt auftrat unter anderem als Hamlet den er mir an der Burg nicht angeboten hatte da muss man ja so als ich mich dann Josef Gielen der neue Direktor so unvermittelt für den Don Carlos an die Burg zurück holte war ich darüber durchaus überrascht aber auch sehr froh eigentlich haben sich die Dinge immer wieder wie von selbst geordnet auch der sogenannte Vertragsbruch mit einer Hollywood Firma die mich billig abspeisen wollte obwohl ich ihr einen großen Erfolg eingespielt hätte sie haben recht ich müsste diese maßlose sauferei aufgeben um wieder zu Kräften kommen ich brauche diesen Stoff aber gerade um mich kräftiger und wohler zu fühlen und immer mehr davon wenn ich aber getrunken habe dann dauert es eine Zeit bis ich wieder in meine Schwäche zurückfalle in diese Zwischenzeit die drei oder vier Stunden dauern kann könnte ich mühelos eine ganze Theateraufführung hineinpacken die Frage ist nur wofür entscheidet man sich hört man zu trinken auf dann muss man in Kauf nehmen dass es mit der Wiederauferstehung eine ganze Weile dauern könnte oder man säuft halt weiter bis gar nichts mehr geht sie sollten mich doch eigentlich als oscar joseph schließmeyer anreden das hatte ich mal anfang unserer unterhaltung ausgebeten finden sie nicht dass es ein viel originellerer name als oscar werner ist könnte mich heute noch ohrfeigen dass ich damals auf die namensänderung bestanden habe ich war wohl der ansicht dass ich als mr schließmeyer keine internationale karriere hätte beginnen können auch meine erste frau bestärkte mich darin in den programmheften des burgtheaters nehme sich der name schließmeyer nicht sonderlich elegant aus schön habe ich den namen nie gefunden und doch denke ich heute anders darüber meine qualität hätte ganz sicher ausgereicht dass ich selbst mit dem namen eine karriere gehabt hätte schwieriger ja schwieriger wäre es geworden in ersten jahren nach dem krieg hat mich meine karriere von all dem abgelenkt doch später nach den ersten großen erfolgen hatte ich zeit zum nachdenken der zwang als schauspieler vorwärts zu kommen stand nicht mehr im vordergrund die vergangenheit schien immer drückender zu werden keine spur davon dass sie langsam verblassen würde damals begann ich angebote abzulehnen suchte nach gründen um selbst sehr ernsthafte und hochinteressante pläne im film und am theater platzen zu lassen diesen ganzen zirkus wollte ich nicht mehr ich hatte nur noch spaß und allein unterhaltung bei meinen lese abenden schlugen sich die zuhörer um die eintrittskarten vor allem in wien hätte ich damit zufrieden sein können aber dann urplötzlich überkam mich doch wieder die sehnsucht nach dem theater nur auf die eigenständigkeit wollte ich nicht mehr verzichten daran hatte ich mich in der zwischenzeit gewöhnt ich gründete eine theatergruppe unter meinem namen die aber nicht sehr erfolgreich war das publikum zumindest außerhalb wiens fing an mich zu vergessen auch meine filme selbst die wenigen erfolgreichen liefen nicht mehr und da sitze ich nun ein sporadischer alkoholiker und weiß nichts mehr mit mir anzufangen ich bin absolut entgleist stellen Sie sich vor ich versuche es sogar mit der Werbung ich schreibe höfliche Briefe an Agenturen die Reklame für Hundefutter machen und biete meinen Schäferhund den Schani als Werbeträger an meinen Sie ich bekomme eine Antwort er ist ein sehr liebes Tier nur manchmal wenn er jemanden so gar nicht mag schnappt er nach ihm meine letzte Freundin konnte er überhaupt nicht leiden hat sie einmal recht heftig in die Hand gebissen als sie ihn streicheln wollte doch gewöhnlich wie gesagt ist er ein lieber Hund tut keinem was zu leide und schön ist er wenn er einen anschaut den Kopf schräg zur Seite gelegt dann ist es unwiderstehlich nur sollte man sich von dieser charmanten Haltung auch nicht täuschen lassen sie könnte genauso gutes Zeichen für einen bevorstehenden Angriff sein seine Schwäche ist die Eifersucht es es hat es hat alles zum guten gewendet und ich werde meinen Huren Beruf wieder aufnehmen können ich weiß ein hartes Wort aber das Richtige wie können sie annehmen dass unser Tun eine ernsthafte Beschäftigung darstellt Schauspieler ist doch kein Beruf für einen Erwachsenen aus diesen verspäteten Kinderspielen entwickelt sich doch je länger man sich mit ihnen abgibt unaufhaltsam eine Art Huren da sein normalerweise wird man nicht Schauspieler schon gar nicht in Wien manchmal weiß ich nicht ob ich ein Mensch bin oder ein Wiener heute ist Wien für mich eine endgültig überwundene Grippe am schönsten ist es wenn man es von Lichtenstein aus betrachtet und sich von Wien zu lösen braucht man Alkohol einfach das Treibmittel von sich selbst abzuspringen ich hatte einmal einen seltsamen Auftritt im Michaela Bierwitz Haus ich stellte mich an die Pudel und bestellte ein Viertel Wilt Lina hinter dem anderen die Dame schaute nur dümmlich drein erst allmählich begriff ich dass sie keine Kellnerin sondern schlicht und einfach eine Verkäuferin für Damenunterwäsche war das Bierhaus existierte gar nicht mehr aber in meiner Beschwiebstheit hatte ich das überhaupt nicht bemerkt ich entschuldigte mich und lud sie zum Abendessen ein sie sagte gleich zu und gestand mir später dass sie mich sofort erkannt hatte auch sowas kann einem in dem Zustand also passieren doch für gewöhnlich ist maßvolle Trunkenheit ausgesprochen vorteilhaft eines kann ich jedoch zugeben eigentlich habe ich es nie so recht an mein Talent geglaubt anfänglich mag es die pure Begeisterung gewesen sein die die Bedenken übertünchte die mich hätten warnen sollen doch je reifer ich wurde desto unglaubwürdiger erschien mir alles was in mir und rund um mich hervor ging ich staunte über die ungewöhnlichen Reaktionen die mein Spiel bei den Zuschauern hervorrief es kam mir vor als befände ich mich wie in einer Art Vata Morgana aus der mich ständig befreien wachrütteln wollte schon früh machte ich Erfahrungen durch die ich mich als einen Mann mit einer steinalten Seele sah im Grunde glaubte ich mir selbst kein Wort ich spielte den erfolgreichen Komedianten ebenso wie die anderen Rollen die ich mir einverleibte die tragischen ernsten absurden und heiteren immer selbstverständlicher immer routinierter ich kroch in jeden Charakter hinein wissen sie dass unser Charakter unser Schicksal ist und gleichzeitig beobachtete ich mich dabei nur ganz selten verlor ich mich selbst in meinen Darstellungen oft nur einen Augenblick oder Szenen lang im Hamlet ja da konnte das ganze Akte hindurch geschehen aber ich weiß trotzdem nicht ob das meine besten Leistungen waren soll ich Ihnen etwas sagen gerade die Momente in denen ich mich nicht verlor und sehr gründlich kontrollierte wurden von den Zusehern und Kollegen später oft als besonders eindringlich beschrieben sie nannten mein Eintauchen in die Rolle genial obwohl ich meinen Kopf immer über Wasser hielt und alles alles nur vorspielte aber vielleicht ist das gerade eine Bedingung des Talents der Kunst überhaupt ich weiß nicht wie es Ihnen damit geht aber ich möchte dieses Vorspiegeln von Gipf Spiegeln Spiegeln von Gefühlen diese nachdrückliche Gedankenverdeutlichung mit der man jedes Wort betont und die mich in eine extreme Kraftmeierei hineintrieb gar nicht aber sie wurde immer lauter beklatscht nach der Szene Hamletz mit der Mutter im Schlaf gemacht direkt vor der Pause kam es oft zu einem Applaus der Raserei grenzte für diese Szene hatte ich mir einen Plan zurechtgelegt eine Strategie wenn Sie so wollen ich spielte es mit glühender Eifersucht das Paradebeispiel heftigsten heftigsten kindlichen liebesneides es war stets ein Erfolg aber dennoch hatte ich in all den verschiedenen Produktionen dieses Stückes immer wieder das Gefühl ich hätte diese Szene vergewaltigt und deshalb brauchte ich ihn ich überlegte sie zurück zu nehmen sie kühler vorzutragen doch jeder meiner Versuche das Spiel zu verändern scheiterte die absolute Verlorenheit des Kindes die ich aus den Kern der Szene sehe die konnte ich auf der Bühne nie darstellen vielleicht wäre ich jetzt zu weit vielleicht könnte ich den Hamlet heute scheinbar kühler und doch auch verzweifelter zeigen die kalte Entschlossenheit wie der Messer in der Hand auf seine Mutter eindringt bis der Aufschrei des Polonius hinter der Rapete ihn ablenkt und das Messer in dessen Bauch fährt ja wenn ich das alles mit der tödlichen Ruhe eines zu allem entschlossenen verlorenen jungen Mangels gespielt hätte dann hätte es möglicherweise schlichter und glaubwürdiger gewirkt dann wäre es der wahre Hamlet gewesen aber die Leute hätten es sicher nicht so gern gesehen schade ich bin nicht der Künstler geworden der ich hätte werden können der ich werden wollte irgendetwas in mir hat mich davon abgehalten den Publikums Geschmack so vollkommen zu ignorieren wie ich es hätte tun müssen um meinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden dem habe ich mich nicht richtig gestellt und es mag sein dass es auch meine Verliebtheit in die äußeren Mittel gewesen ist die mich davon abhielt aber wissen sie wo mir die Umsetzung meiner Ideen wahrscheinlich noch am besten gelungen ist im Film die Nähe der Kamera hat mir alles zu laute hat mir die auftrumpfenden darstellerischen Eitelkeiten verboten all das was mir auf der Bühne so viel Applaus einbrachte dürfte ich im Film nicht anwenden und obwohl die Bühne stets meine wahre geliebte Ehefrau blieb der Film nur meine kurzzeitige Geliebte war konnte ich mich bei den Dreharbeiten vielmehr auf mich selbst besinnen mich in mich zurückzuziehen wie hätte ich auf der Bühne zeigen können was zum Beispiel im Nahrenschiff was darstellen können diese Nähe und Insensität das geben mir allein schon die riesigen Theater räume nicht her denken sie nur an den Moment wo ich als Schiffsarzt einen Herzinfarkt erleide und beinahe sachlich beschreibe wie er vorschreitet und im Tod enden wird als Dr. Schumann konnte ich meinen meine letzten Minuten unpathetisch und sachlich beschreiben Ich dachte an keinerlei Wirkung mehr Ich tauchte in die Endgültigkeit des Rollencharakters völlig ein So ging es mir übrigens in meinen Filmrollen fast immer Das Metier befahl mir mich zurückzunehmen mich auf eine meiner besten Mittel und Fähigkeiten zu besinnen Jetzt finde ich es wieder schade so viele Filmrollen abgelehnt zu haben Einige der Angebote waren es vielleicht doch wert gewesen vorbei Und nun denke ich immer noch darüber nach wie man die stille ruhige Selbstbestimmung auf der Bühne einsetzen kann In der Wachau werde ich hoffentlich noch einmal die Gelegenheit dazu haben Die Rollen die mir früher mit meiner selbstlosen Darstellung und meiner rückhaltlosen Bescheidigkeit zu dienen versuchen Ich will dass nachdrückliche ungewöhnliche Theatererlebnisse entstehen Danke Oskar dass es dich gab Applaus 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 Applaus